Wie kann man so ein Bananen-Schäner sein? Nächste Runde, erstmal die große Wasserparkstrecke, let's go! Wann wart ihr zuletzt in so einer schönen... In so einer... Ist ja nicht ein Schwimmbad, ist halt so ein Rutschenparadies. Was? Wisst ihr, was ich meine? So ein Schwimmbad mit ganz vielen Rutschen. Wann wart ihr da das letzte Mal? Also ich hab das Gefühl, das letzte Mal, wo ich ins Schwimmbad war, war mit... Ich bin jetzt 26? Oh nein, ey! Ich muss nachdenken, oh Gott! Es war so ungefähr mit 20 und da hab ich noch eine Karte bekommen für unter 16-Jährige. Ich hab gesagt, bitte eine Eintrittskarte kaufen und dann hat sie mir, ohne nachzufragen, einfach ein Ticket gegeben für unter 16. Das war wirklich komplett. Und apropos, das war jetzt zwar vor 6 Jahren, aber vor einer Woche war ich wieder Energy Drink kaufen, Booster kaufen, mit meiner Freundin und dann hat mich Autokassierer wieder gefragt, nach dem Ausweis. Bei Energy Drink, ich werd in einem Monat ungefähr 27. Der Typ hat gedacht, ich bin 15. Müsst ihr euch mal vorstellen. 15! Wahrscheinlich 15, oder? Jetzt kommt schon. Also ich seh vielleicht ein bisschen jünger aus, aber wie 15 ist wirklich nicht. So, schönen Trompeten, Manu. Könnte man... Oh mein Gott. Einmal kurz nach hinten geguckt, direkt wieder tot. Ey Skater, Skate702. Wer kennt ihn noch, Freunde, der YouTuber von damals. So, Juli, weggedrötet. Sehr schön gemacht von mir. Bitte drei Pilze. Ich hab ihn bisher gefahren wie der letzte Bananenschäler. Oh, Achtung. Ach nein, er hat drei rote. Ah, drei rote sind alle despawned. Sehr schön wegen der Bombe. Ach, Victor Osiman, Junge. Bist du eigentlich gerade gut im Fußball oder nicht? Warst du nicht gerade übertrieben außer Form? Oh, Jackie Chan vorne. Bitte einmal das Item mitnehmen. Es wäre schön, wenn ich drei Pilze kriegen würde. Ja, aber er war Wunschdenken, Freunde. Oh nein, nein. Victor Osiman, bitte nicht nach links ziehen. Nein, 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 nein. Er ist schlecht gefahren. Schlecht gefahren. Jackie hat keine Bananen mehr. Der war bei uns. Er hat noch eine. Auf dem ersten mit dem roten. Oh nein, da kommt der Fliegende. Es reicht nicht mehr, oder? Hat der Fliegende und weggetrötet. Oh mein Gott. Ich hätte weiterfahren können. Ach, du heilige Bananenschale. Wer hat den weggetrötet? Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Bitte, ein Pilz gewonnen. Nein, trotzdem noch ein Pilz. Ja, 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 ja. Das müsste doch eigentlich reichen. Victor Osiman, doch keine Scheiße mehr vor mir. Jawohl. Bitte. Nein, der eine Pilz wurde noch geklaut. Ach, der eine Pilz wurde noch geklaut. Sonst wäre ich erster geworden. Nächste Runde. Marius Piste. Okay. Mal gucken, was wäre es gut als erstes Item. Ist er. Drei Bananen. Oh, was? Keine drei Bananen. Orakel, Manu. Kann auch mal falsch liegen. Unfassbar, Junge. So, einmal den Roten nach vorne. Viel Spaß an Baby-Luigi damit. Oh, Leinhardt. Und die Mücke. So gut. Reagiert mit Pilze, bitte. Oh, Gott. Kein einzelner Pilz. Oh, aber zwei Leute. Hab's genommen. Nee, angeblich, Junge. Mücke hat leider keinen Boomerang kassiert. Also, wenn ich die Nintendo selber. Komm, einmal die Bananen nach vorne. Wupp, 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 wupp. Ah, schlecht platziert leider. Und einmal den Boomerang. Nein. Ach so, jetzt die letzte Ladung. Wupp. Fährt Manu in den Abgrund. Oh, nein. Wenn die drei Pilze. Ja, ist gut, 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 gut. Jetzt kommen die zwei Pilze. Mann. Ich hab nämlich locker erster Grad gewesen. Aber nein. 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 Es muss immer komische Scheiße passieren. Oh. Stopp, Leute. Ach, was ist das denn? Er kriegt einfach drei Grüne gespawnt in sich drin. Leon schmackhaft wie eine dünner Box. Oh, nein. Elfter. Elfter, Elfter, Elfter. Oh, fuck. Das Ding ist auch, wenn man jetzt hier die Rakete kriegt, die dauert... Oh Gott. Die hält immer nur zwei Sekunden lang an. Oh, okay. Drei Pilze. Ist ganz gut, glaube ich. Jetzt zum... Nichts kassieren. Wenn ich jetzt nichts kassiere, dann wäre ich wieder back in game. Ich darf jetzt nichts kassieren. So, gut. Gut, gut, gut. Ich bin back in game und das Item geklaut. Extrem gut. Jetzt einfach nur noch durchschalten. Ich bin so gut gefahren wie ein junger... Nein. Ein... Hammer... Mann, hau' mich auf den sechsten. Nächste Runde. Marius Metro mit drei Metro-Pilzen. Jawohl. Ey, ganz ehrlich. Die Pilze waren selten so metrohaft. Uh, uh, uh. Hallo. Was macht der Link da? A Link to the Past. Oh, oh. Oh, oh. Kein Handling mehr gehabt. Keine Chance. Hallo, wie lang ist denn der Scheißzug, Alter? Hey! Wer schmeißt mich da auf die Gleise? Was soll das? Oh, drei grüne Panzer. Ja, schön. Ah, Mann, ey. Ich kann das wirklich nicht alles. Mann! Ich kann das nicht mehr. Äh, ja. Komm, dann kommt doch noch ein Megaschild. Komm, drei Pilze. Ja, war klar gewesen, Freunde. Wie wär's noch mit einem geilen Item in der ersten Runde? Oh, Gott. Ja, ganzen Bananen hier wieder. Sechster Platz. Ist nicht gut. Sandwich greift da drei rote. Er schmeißt gleich welche nach hinten. Er schmeißt gleich welche nach hinten. Ich weiß ganz genau. Was? Da vorne? Da vorne? Was ist denn da los? Die Feder in der Matrix. Oh, vier rote Panzer. Nein, ich hoffe. Kommt der? Nee. Oh, jawohl. Sehr schön. Oh, mein Gott. Kann man mal ganz kurz kurz kotzwinkeln. Abgelaufenen Booster. Oh, ja, 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 ja. Und da ist mein Erster. Da ist mein Erster mit zwei roten Panzern. Oh, mein Gott. Großes Comeback, Freunde. Okay, wir behalten die Roten. Und hoffen, dass er jetzt keinen Pilz hat. Asch verbrannt. Mann. Ey, es ist so unrealistisch programmiert. Dass einfach so ein Feuerball in meine Roten kommt. Mann, nein. Mann. Lass mich doch ganz kurz was zum Blocken. Jo. Grad Erster. Jo. Grad Erster gewesen. Jo. Wollte mich komplett wahr. Jo. Wie kann man zu uns genommen werden? Und der zieht aber kurz nebenbei einen Booster. Oh, mein Gott. Sprachlos. Alter, da fehlt es mir die Worte. Was ist da denn passiert? Komm raus, lass ihn abkürzen. Oh, nein. Ach, das ist so. Nee. Nee, egal. Ich spiel durch. Nächste Runde. Pilzschlucht mit dem Klospüler. Und... Max. Jetzt muss ich gerade an Hans Entertainment denken. Frag mich nicht wieso. Aber Hans Entertainment. Dieser komische Typ. Vielleicht kennen die noch manche von euch. Dieses... Erkennt ihr diesen Hans Entertainment Moment, wenn... ...babbabababababa... ...diesen Hans Entertainment Moment, wenn... ...wann du uns richtig auf die Eier geht? Der Typ ist ja mal mega abgestürzt. Ich hab letztens mal wieder einen TikTok von dem gesehen gehabt. Holy shit. Ich dachte, was ist mit ihm passiert? Ach, Mann. Und was ist mit mir passiert? Ach, einfach mal nicht über andere Menschen reden. Wie wäre es denn, Junge? So, ein Pils, meint er, es reicht für den Gapjump? Niemals, Junge. Niemals. Ach, Mann. Ja, es war klar gewesen. Aber ich musste es versuchen. Ja, aber ich hatte auch gar keinen Pace gehabt. Kein Nichts. So, irgendwie auch keine Moral gewesen da. Nee, nix gar nicht. Papa, der Tee. Wieso Papa? Oh, Kugel wie die Mano auf dem Zehnten. Damit habe ich nicht gerechnet. Sehr gut. Drei Pils auf Ehre. Drei Pils auf Ehre. Mann, nur ein Pils auf Ehre bringt mir gar nichts. Okay, wir haben noch einen Einzelnen. Wenn ich jetzt noch einen zweiten Pils bekommen würde, Gapjump gewonnen. Nein, wieso tust du das? Oh, mein Gott, nein. Drei Pils sind wichtig. Wann können wir den Gapjump nehmen, wenn wir gerade klein waren? Ja, geht. Ja. Oh, mein Gott. Gapjump mit Luigi geschafft, Freunde. Oh, mein Gott. Es ist möglich. Zwar nicht perfekt genommen, auf gar keinen Fall. Aber geschafft. Geschafft ist geschafft, Freunde. Ja, lass mich vor. Nein, lass mich doch vor. Auf Ehre. Oh, nein. Ist das... Ich behalte die Items. Ich behalte die Items. Und wir nehmen nochmal den Gapjump. Und dann werden wir Top 3. Verdammt, Dax. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Scheiße, was machen wir denn jetzt? Ich behalte die Items. Wir müssen den Gapjump schaffen zu 1000%. Sonst war es das mit unseren Chancen. Gapjump schaffen. Wir haben es schon mal geschafft, Freunde. Nein, wir schaffen es nicht. Das zweite Mal und werden 10 da. Nein. Nächste Runde. Regenbogenpiste. Schon jetzt im Durchbruch. Waluigi-Time. Waluigi-Time. Waluigi-Time kam mal wieder zu einem sehr günstigen Zeitpunkt. Danke dafür. Ach, wirklich. Jonas 1. Es macht mich so sauer. Wieser haut da doch noch seine 1 hinten dran. Ich verstehe es nicht. Wieso nicht einfach Jonas? Er macht es so, als ob es irgendwie so einzigartige Namen geben würde. Ach, mega schick. Komm, gib mir zumindest eine mega Abkürzung. Nein, ich kriege gleich wieder den roten in die Schnauze. Ah, cool. Danke, dass du mal weggeschubst wurde. Dass ich nicht mal die Abkürzung nehmen kann. Ach, wirklich. Dr. Mückenmann da vor mir, ne? Sechster. Hm. Ich habe mir eine Zwitschweite gerade am Laufen. Werde ich genau vierter. Weil ich gefühlt fünf meinteinander genau vierter wurde. So, Mückenmann. Da ist er vierter Platz, Freunde. Ah, vielleicht gehen wir hier mal sogar auf den vierten Platz nach. Man, never mind. Er macht einen Blitzdorch. Jo. Hauptsache, das Doppel-Item nicht genommen. Und er hat Manu dafür hops genommen. Das war es mal wieder wert. Ja, wir sind es uns wert, Junge. Komm jetzt. Oh, 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 oh. Geben wir ein Pizze? Ja, jo, 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 jo. Eine Runde noch überleben für die Top 3 eventuell. Nein, ach, Mann. Natürlich wieder ein Stern-User genau neben mir. Wupp, wupp. Ja, schön jemanden getroffen, glaube ich. Dritter. Ich will auf den vierten gehen. Ich bin ehrlich. Ich will... Oh, nein, 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 nein. Jonas, 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 Jonas. Weil ich wieder ausweichen musste. Weil ich dann die drei roten Panzer natürlich wieder nach hinten werfen musste. Nur deswegen sind wir gerade gestorben. Komm, Blitz, Blitz, Blitz. Wo ist er denn, wenn wir ihn einmal brauchen? Oh, vierter könnte echt was werden. Vierter könnte echt was werden, Freunde. Bitte, 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 bitte. Ein Pils, ein Maul. Vierter, 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 vier So, Freunde, wir sind in das sogenannten Freundes-Lobby drin, mit Armin Lasche, mit R-Pum-Pum-Pum, mit Glospüler, mit Megaschild. Es sind ja nur OGs gefüllt hier. Leinhard, Junge, was ist mit euch los, Alter? Wie wär's mal mit neun Leuten, die eventuell nicht so Megaschwitzer sind wie ihr alle? Das sind ja alle Schwitzer hier in der Lobby. Oh mein Gott. Bisschen Respekt hier, Kingel Giga, auch Schwitzer. Oh, nein, 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 Punkt, 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 Punkt. Bitte alle aufschmeißen den scheiß Roten. Ah, ich hab nicht, ich muss den kassieren jetzt. Jetzt muss ich den kassieren. Ah, never mind. Der rote geht doch nicht auf mich. Sehr gut. Hm, als dritter kriegst du drei Bananen oder so ne Kacke. Ah, okay, ein Pilz heben wir auch für die Abkürzung. Megaschild natürlich wieder drei bekommen. Klassiker wie die 80er. Oh, komm, Windschatten, Mano. Windschatten, Mano, gib ja den Windschatten. Ja, dankeschön. So, ein Item noch. Was kriegt man jetzt gut? Das ist ein roter, wäre gut. Ja, danke, danke. Nein, nein, meine Güte! Wie kann man so ein Bananenschilder sein? Ich konnte nichts mehr machen! Ey, Zwölfter! Junge! Ich wäre jetzt, also ich war gerade kurz davor, Erster zu werden. Ey, Mann! Drecksstern, der deinen Namen trägt! Oh! Barmin Laschet, drück mir doch nicht den Reifen vors Motorrad, der 10.000 Tonnen wirkt. Ja, immer weiter. Ach, Mann! Digga! In der Abkürzung! Komm, lass mich raus jetzt für die nächste Abkürzung immerhin. Okay, komm, aufholjagd jetzt hier. Meine Güte! Ich kann immer diesmal die Abkürzung nehmen, ausnahmsweise. Oh, komm, bitte lass mich einmal jetzt nochmal vor. Mann, ich hab keine Kontrolle mehr über mein Fahrzeug! Er war nur Kombo. Ja. Komm, jetzt noch der Blitz. Jetzt noch der Blitz. Haut einmal ein bisschen Fairness raus. Platz da, Junge! Als ob ich den Klospüler gerade nicht überfahren habe! Oh Gott, nur Fünfter. Nur Fünfter, er nimmt nicht das Doppler-Item. Okay. Komm, kann das noch reichen? Für den Top 3? Nee, alle haben Pilze. Oh mein Gott, war es eine Runde, Junge. Oh, schon wieder nur Vierter. Also Vierter ist wirklich der größte Rotzplatz, Alter. Das steht auch nicht mehr für Lifestyle. Das steht für Nervenzusammenbruch, der scheiß Vierter, Alter. Nächste Runde, Daisies Piste mit Rotz-Game. Ja, das passt ja ganz gut eigentlich hier zu Mario Kart. Wie wär's mal mit einem Mann, also wie wär's mal mit einer Banade in der Schnauze innerhalb der ersten zwei Sekunden? Ich meinte, wie wär's mal mit einer Top-3-Bezierung mal wieder, nachdem man zehn Jahre vorgangen sind, ohne Top-3-Bezierung. Wär wirklich sehr schön mal, wenn man mir hier Moral ein bisschen weiter nach unten gehen würde. Ey, nein, mal vor mir, grüner Panzer, hinter mir der rote Panzer und keine Ahnung, links nebendran noch der Anzeigenhautweißer, damit ich anzeigen will, weil ich zu schnell gefahren bin oder so. Ich weiß es noch auch nicht. So, Doppel-Item mit der Item zu Doppelz, jawohl. Tim, Alter, wirklich Tim, 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 Tim-Spieler-Nator. Wer kennt ihn? Item-Chat. Oh, nein, nein, ich war doch niemals da drin. Was ist denn das für eine Hitbox? Man kann ja nicht mal so ein bisschen knapp fahren oder so. Geht ja nicht. Weil wenn du irgendwie innerhalb von zwei Metern dran bist, kriegst du ihn trotzdem in die Fresse. So, Achtung, wieder ein Pils bringt gar nichts. Theo Hernandez, geh mal zu Bayern und nicht in Mario Kart. Was denkt ihr? Alfonso Davies, geht er von Bayern oder nicht? Ich krieg nix, ja, ich krieg nix. Das heißt mal wieder, ich werde zwei Plätze wahrscheinlich wieder verlieren, weil ich kein Item habe. Mann, er schmeißt den Roten nach hinten und ich verliere alles, was ich will. Ach, ich verliere wirklich alles, was ich jemals gearbeitet habe. Drei Pils oder Stern. was ganz anderes, Junge. Ich krieg auch noch die Feuerblume. Blitz! Ach, nein, es kommt der Pils gleich, wenn ich meine Pilze einsetzen will oder so. Ich weiß auch nicht, Junge. Ach, fünfter, ey, Top 3 ist noch drin, Freunde. Belieben. Top 3 ist mega viel drin. Das sind die ersten, oh mein Gott, sind alle auf Einfläche, Jungs. Komm, jetzt noch einmal Erdmando-Kombo, Erdmando-Kombo, bitte. Ja, ja, wo ist der Blitz, Freunde? Platz machen für den Gegenvierter. Wo ist der Dritte? Nein, Vierter steht für eine verlorene Twitch-Wette. Nein, wieso haben die auch Pilze gehabt? Nur ich darf die haben.